die mögliche ab ab die Frenner das gibt's doch nicht Zobbys hier was ist hier auskrabbelt oder was oder was Zobbysau hier kann aber nicht wahr sein hier hast du ja auch mit dir Zobbysau und 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 was das und 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 auch und 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 zusammen Ja, du willst wissen, wo das herkommt. Wenn halt keine Höhlen später ist. Die kommen ja auch nur... ... in den Ort vor. Bei der nächsten Nacht müssen wir kurz mal schlafen gehen. Ich glaube, die sich spawnen nur die Viecher. Die komische Schleimi. Ich sehe unten keine mehr. Kleini! Tutututut! Wo seid ihr? Ah, scheiße. Boah, ist nix. Ohne Kräfteausdrücke hier. Ja, entschuldigung. Naja, selber nicht besser. Das Typ, ey. Oh, schöne Pugelstrahl. Ach, Mann. Na, Mahlzeit. Schön zuzusehen, wie man hier die ganze Zeit baut. Aber, hey. Mach schon, komm, 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 komm. Kann man die Entstehung eines Kunstwerks mitnehmen? Was sagst du da? Das ist so. Ich baue hier. Kunst. Jeder sieht Kunst anders. Ich kann auf den Stuhl kacken. Das ist auch Kunst. Nee, das nennt sich Wunst. Wollen, aber die können. Lol. Ja, aber rechts hat er. Ey, der sieht Kunst anders. Naja. Weißt du noch nicht. Tu doch nicht. Ach, Mann, ey. Warte, der nun schon wieder. Er wird vergessen. Ah, es beugnet hier unten. So scheiße. Ich bin drauf erschissen. Kurz, hier war doch unkürzt. Hast du von Sveni hier unten den Redstone abgebaut? Ja. Ja. Im ersten Gang, meinst du? Ja. Ja. Und darunter war auch die übelste Kohle, Rana. Oh, jetzt sag ich nochmal hochlatschen. Ist alles schön in der Trude, ne? Ich hab einfach überlegen, ob ich mir hier diesen komischen Oktopus hier hole. Was fände ich? Na, den Oktopus, Mann. Na wohl, ne. Schwarze Farbe. Oder Tinte, besser gesagt. Ja, das war nicht für die Farbe. Kannst du da, kannst du da glas schwärzen? Ne, kannst du hier bei Xbox Minecraft noch nicht. Ach nicht, ja? Ne. Noch nicht. Achso. Okay, gut. Soweit ich dort weiß. Dann kannst du halt generell nur das. Doch, bei der Xbox, äh, bei der PC. Ja, aber hier bei Xbox noch nicht. So, ich hab nichts gesehen. Sicher, dass man hier nicht glas schwärzen kann? Das hat mich ja gesagt. Ich weiß jetzt, äh, weißt das jetzt, glaube ich aber gar nicht. Na, ich glaube eigentlich nicht. Das, das muss ich mal prüfen. Prüf das mal, also. Das wäre wirklich zu blöd dafür, wie ich für einen. Und den Kopf muss ich nicht gesehen, ja. Wo oder nur. Äh, da ist das nicht ausgelaufen. Das weiß ich nicht. Ja, die Glocken. Das weiß ich nicht. Da, das muss ich mal prüfen. Warte. Oh stimmt. Kannst du nur das normale Glas, aber diesen Glasblock hast du ja nicht. Kannst halt nur Wolle schwärzen. Ja. Du schwitzt schon mit Ohr, alter. Schwitzt das Ohr? So viel erzählen wir doch gar nicht. Was kann man sagen? Wir sind doch noch hammer tief, entspannt und ruhig. So. Du kannst nur Wolle schwärzen. Ja, sag doch. Okay. Das war das. Jetzt die nächste Etage raufsetzen. Wie viel, wie hoch willst du denn das Ding bauen? Naja, naja, nimm doch eh ne Etage halt. Oh, Diamanten. Da kommt doch Freude aus. So. Alter, was hast du denn da für'n Käfig überholt? Heftig, ne? Das ist halt nicht, dass du runterfällst. Aber da passt er gerade so durch, was? Ja, ja. Hallo, Augenmaß, Digga, was denn los? Und in der Mitte läuft dann noch eine Wassersäule runter vom Dach. Das wird richtig Pornow. Hier dann dran vorbei, oder was? Ja, genau mittig, genau mittig durch. Ja, so. Keine Scheiße, ne? Geh mir noch mal ausgeladen. Sonst seh ich hier nie durch. Sammle ich. Da ist mal die nächste Etage bauen, jetzt hier. Dafür geh ja Lava durch, du, ne? Tue noch nicht. Das macht sich sehr günstig bei dem Holzhaus. Ja. Das fasziniert nicht. Kannst ruhig so auch mal zur Steinsäule oder so. Ne, stimmt nicht. Also wieder so. Ne. 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 Na ja, gut. Ja, la. Ja, das funktioniert in der Mitte. Was passiert dann? Ähm, das funktioniert überhaupt nicht. Mie, ja. Die Warte. Ja, er funktioniert. Es funktioniert. Ja, es funktioniert. Baut die Farben immer noch an. Immer noch? Kannst ja runterkommen, wir können tauschen. Boah, das ist ein Schwanzkiesel. Scheiße. Hier werden sie betätigt, wenn sie er drückt. Kannst du denn sein? Ja, ja. Wunderschön, leider. Er drückt. Das ist ja fies. Das würde ich aber verzeigen. Boah. Alter. Was ist mit dir? Ich überlege gerade, wie ich den mache. Er kommt hinten neben mir. Ich dreh mich mal. Dupper Wükser. Das ist schon angeschlichen, ne? Nee, wenn ich verglase, dann ist sie zu hell drin. Mhm. Alter, was ist denn das für eine Treppe? Nee, nee, nee. Da musst du das ja wenigen. Alter, wie denn du hin? Da unten ist verzwemmert der Rot. Alter. Alter. Äh. Nein, nüchtern. Die Teig, jetzt gib Bock drauf, Joföhler. Nee. Reicht er, wenn er hier unten rumfummelt. Wird das sein? Ja, reicht er, wenn er hier unten rumfummelt, sag ich. Ach, bist du gerade unten? Schon in der ganze Zeit. Wo düppelst denn du rum? Äh. Woanders. Warte mal, ich komm mal runter. Komm nicht mal besuchen. Komm nicht mal besuchen. Komm nicht mal besuchen. Du, 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 du. So, wenn ich unten an der Treppe bin, links? Geradeaus oder nach rechts? Rechts, äh, Quatsch, links nach unten. Und dann den ersten links oder den zweiten links? Hä? 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 Äh, na, na, wenn du gleich die, 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 wenn du aus dem Lager, die, 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 die... und wenn du aus dem Lager, die... die Treppe gleich runter gehst, dann gleich nach links? Hm. Dann geht es dann nochmal runter. Ja, ganz weit runter. zum jahr und das ist ein langer gang ich bin die nächsten das sind schon drei gänge oder ja das war so ich habe geschmiert das ist ok aber ich glaube nicht nur die Xbox, weil sie uns wieder antworten ich wollte gerade sagen warum sagt er nicht der Host ist gerade raus erflogen der Host ist gerade raus erflogen? ich bin auch gerade erflogen wir sind doch alle drin ich wollte gerade sagen ok warum ich bin auch drin lad mal ein ey sag mal Paul, bin ich einfach nur zu blöd oder warum finde ich dich wichtig? warte ich glaube nicht mal wann ich Eingang neben dir bin ähhhh komm gerade wieder zurück guck mal ach der ja ich muss sowieso nochmal in die Richtung da oh Otis hat einen Gastauftritt vorne Otis hat einen Gastauftritt? wieso? ja weil man ihn gerade gesehen hat und meine Freundin ist das senden? ich kann dir nicht mal eine Spieleanladung senden Digga mach Party ja ne? ah ne geht ja nicht wir sind ja nicht mal Party testen wir nochmal warte mal kann sein dass du deine Xbox nochmal außen hier anmachen musst vielleicht senden? ja mach ich ich kann dir keine Spieleanladung schicken hm einfach kurz geht gerade nicht ich mach mal neu probieren wir nochmal neu probieren wir nochmal neu ich glaube ich bin mir ein schön fit zu arbeiten oder nicht schon ich glaube ich war da ah fast ein bisschen mehr ah da 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 ah komisch dass er einfach rausfließt nicht so ja schon müssen sie essen das passiert man hm technische Menge geht das aber hm das ist wahr das ist wahr öhm nehm ich jetzt keine Baumstämme mehr doch neeein die ganze Kiste war dann voll ja Holz plank nochmal ich brauch Baumstämme noch fuck jetzt mit mir schnell in einem Baum fallen Ah, meh. Musst du dies wohl mal tun? Ach, ist ja ein Triebohm, wenn hier runter rennst. Ist ja geil. Oh, halt, sie kürzt den Baum weg. Nicht in der Nähe. Ah, ist ja nervig. Warte hin, außen mal kicken. Das sieht schon mal geil aus von außen. Spinne! Komm, du Vieh! Komm her! Jetzt ist noch ein Enderman lang gesippt vor mir. Oh, krass, wo ist der? Ach, ich weiß warum, der kriegt durch Wasser Schaden. Kann das sein? Die haben gleich Angst vor Wasser. Oder so war das genau. Deswegen ist er noch nicht so lang gesippt. Das hat ja weich mit dem Baum, mit dem er kommt. Über den da. Ich schick mal ein Einladung. Äh, wait a second, muss ich grad ein Baum hochkriegen. Warte, ich mach. Kannst du den über ein Einladung? Zudem fliegt irgendwo krass. Klar. Ja? Ich bin an deiner Lobby drin. Du musst eigentlich locker funktionieren. Testen, weiß doch nicht. Wunder ich seh. Der nur ein Weg da draußen ist ja. Jupp, genau. Wenn er dann mal laden würde. In der... Vieh-Einladung. 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 Nimm's an gekommen sein. Nimm's an. Ja, mal gucken, ob du drin kommst. Das ist die Frage. Äh, Zombie, wo kommt denn der Zombie hier? Alter. Das ist das Paul vorhin. Mal kurz raus. Alter. Krass. Hä? 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 Ich geh gerade... geh gerade ins Spiel zurück. Komm, da steht erst mal ein Zombie vor mir und tagt auf den Gein. Noi. Für dich bitte. Miu. Schönen Yodos, wenn ich hier rum ankomme. La 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 la... Farming, extreme farming, Baumbeck farming hier. Muuu. Schönen wir so einen Mammutbaum hier weg am Holzen ey. Dann warum? Kann mir was hell werden ey, im Dunkeln ist echt schwul. Ist halt das hier so ruhig oder? Ja, ich bin hier voll Concentration man. Schönen wir die volle Concentration erreicht? Ja. Kennen wir ja schon. Ja, hatten wir schon mal Thema. Ich bin im letzten Mal weg. Ja. Stimmt, ja. Was ist denn jetzt hier? Oh, ich hab mir denn hier für nen Baum ausgesucht wieder ey. Also die Farm will nicht so wie sie soll. Ne. Wieso? Boah, es geht schon mal. Na, zur Not kann ich mir das auch noch mal mit anklicken. Vielleicht hast du ja einfach so nen Baumfehler drin oder so. Ey, ich hab mir hier für den Baum ausgesucht. Langsam mal endlich sein hier. So, jetzt sollte er mal die Aurore. Sag mal. T-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ich bin leer tot. Fick dich. Ich bin leer tot. Was machst du denn? Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bist du denn? Ich werd hier von Skeletten beschossen. Ich hab nur noch ein Herz. Ich bin leer tot. Nein! Ich hab nur ein Kackwerk scheiße. Er ist 24 Level, Alter. Ey, diese verfickten Scheisskelette, ey. Fuck. Oh, ey, Mist, Alter. Oh, Stefan, komm mal schnell mit. Brauchen wir deine Hilfe wegen hier, Monster. Komm mal mit. Was hast du denn alles bei ihr habt? Alles mögliche, Alter. Ohne Witz, Holz, ohne Ende und meine ganzen Sachen. Fuck, ey. 24 Level hatte ich. Ach, leck mich doch. Wo bin ich denn gestorben jetzt? Scheiße. Oh, ich weiß nicht mal, wo das war. Hier irgendwo einen fetten Baum weggehackt. Da, da, da sind noch die Blätter. Da muss ich hin. Bist du noch hinter mir, ja, oder? Nee, ich bin hinter dir. Also, oder so. Servus. Ich brauch bloß irgendeine, dann werden wir mal die Viecher. Die müssen hier unten sein. Da unten ist mein Zeug. Oh. Und hier sind immer noch Monster. Oh, scheiße. Paul. Mach mal was. Wo bist du denn? Wo? Ich bin hier runter, Jörg. Wo bist du denn? Oh, hab ich noch gehört? Ich hab noch gehört. Oh, hab ich mir wieder tot. Ey. Ey. Dieses Fick-Skelett. Das kann nicht wahr sein. Ja. Ey. Wo bist du denn? Mann, Alter. Ich komm hier hin, ey. Ohne Witz. Oh, sie kommen mal mit. Ach, unten ist sie gestorben. Ach so. Ja, da bin gestorben. Ja, bin schon dabei. Oh, Mann ey. Kotzt mich das grad an. 24 Level verhockt, ey. Ich bin nämlich vom Baum gefallen und irgendwo noch mal runter gefallen. Und eben habe mich zwei Skelette beschossen und einen Zombie angelegt. Und ich... Ach, konnte nichts mehr machen. Ich hatte auch verjessen vorher was zu fressen, ey. Jod. Oha. Krasset. focused. Oder was. Und was sammelt. Ich meine das Kindle. Zwei things. Ein Zombie, zwei Skelette sind weg. Nice. Willkommen." Hast du jetzt alles endgew$ammet hier? Ne, ne. Na, boah. Ne, ich habe kein zu Näscher gesammelt. Hey Bin Ja scheiß Nexons wasser Agent Er ist noch, ne leid Mir war aber auch gerade so, dass ich gar nicht schossen wurde Dreck hier ey Blöden Mistviecher, wo hab ich jetzt alles, was wir jetzt alles haben Hier ist noch Holz Er will 25 Holz ist meins Boah da ist ein Enderman, man verpiss dich alter Dann holen wir den Spitzhacker auf jeden Fall weg